Hi, hallo und willkommen zum nächsten Mountguide Update Video. Heute updaten wir das Video der Fishmounts, welches ich zuletzt in Patch 10.1.5 geupdatet habe. Seitdem ist ein neues Mount hinzugekommen und wie immer zeige ich euch, wo es dieses zu finden gibt. Und bei diesem einen Mount handelt es sich um ein Roofmount und zwar den silbernen Gezeitenhengst. Diesen erhaltet ihr über die Fraktion von Fashaxes Besatzung, welche die Roof-Fraktion ist über das aktuelle Plunderstorm-Event. Wie könnt ihr an dem Event teilnehmen? Das ist relativ simpel. So wie ihr in eurer Charakterauswahl seid, habt ihr einmal hier oben diese Auswahl für World of Warcraft Plunderstorm, dieses zeitlich begrenzte Event. Dort erstellt ihr einen separaten Charakter, mit welchem ihr euch in einen Battle Royale Modus begebt. Und ihr müsst Plünder sammeln, was ihr tut, indem ihr Truhen plündert, ihr besiegt Gegner, besiegt andere Spieler, seid der letzte Überlebende, genau. Und so gibt es hier verschiedene Ruhmstufen und auf Ruhmstufe 10 erhaltet ihr besagtes Mount. Und das war es dann wieder für den heutigen Guide. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst ein Like und ein Abo für mich da und wir hören und sehen uns beim nächsten Mal.